Willkommen bei ProfiShop.de im Schneckchenkeller. Heute mit einer Relische Lichtgarnitur Softy, die ich Ihnen zeigen will. Und zwar das Modell 123-01 in einem Samt-Velour-Grafit. Ein Messestück, wurde so auf der Hausmesse gezeigt. Softy ist sehr grazil. Hohe Bodenfreiheit kennzeichnet das Modell. Eine schmale Armlehne und hier alles soft gemacht. Deshalb auch Softy, einen mittelsoften Sitz mit losen Rückenkissen. Hier habe ich es natürlich auf dem Longchair super bequem. Jetzt macht das lose Rückenkissen auch Sinn. Ich ziehe es mir unten etwas raus, dann wird es noch bequemer. Aber auch die beiden Sitze sind echte Komfortsitze. Und Sie haben die Möglichkeit natürlich auch hier zu liegen. Und da kann ich jetzt wiederum mir auch das Rückenkissen rüberholen. Und dann wird es natürlich noch bequemer. Okay, Softy in einem Samt-Velour, der sehr edel wirkt, in der Farbe Grafit. Mit diesen verkromten, schönen Füßen. Also macht wirklich einen tollen Eindruck. Wenn Sie was Leichtes, Graziles, mit hoher Bequemlichkeit suchen, in einer Top-Qualität eines Markenherstellers wie Schillig, sind Sie bei Softy richtig. Soften Sie rein. Schnappen Sie Softy. Dankeschön und Tschüss.